Hey ihr Rohanauten und herzlich willkommen zurück zu einer neuen RoboCraft Update News Folge. Es gab ja mal wieder ein Mini Update im RoboCraft und was es da Neues gibt, das erkläre ich euch in diesem Video. Warum jetzt hier vorne so ein kleiner T8 Tank steht, wundert euch erstmal nicht, erzähle ich euch am Ende des Videos. Jetzt drücken wir erstmal T und dann schauen wir mal, was es hier Neues gibt. Und da sehen wir hier unten links, da sind ein paar neue Sachen. Ich sind eigentlich an sich richtig genial und auch, denke ich mal, wichtig in diesem Spiel. Das hat wirklich ein bisschen gefehlt. So, diese Teile, das sind solche Stäbe mit zwei Connection Points. Ich habe mir davon auch schon mal einen gekauft. Dafür drücke ich jetzt mal Q. Dann gehen wir mal auf Chassis und hier hinten haben wir das Ding. Jetzt könnt ihr dieses Gerät einfach hier irgendwo an eurem Tank oder Flieger oder was auch immer platzieren und könnt dann, wenn ihr das hier herangesetzt habt, an der anderen Seite ein paar Blöcke reinbauen oder halt auch, zu was es eigentlich gedacht ist, Flügel anbauen. So, jetzt könnte man denken, ja, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich hätte doch jetzt einfach drei Blöcke hier hinsetzen können und dann auch hier drüben den Flügel hinbauen können. Ja, 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 ja. Könntet ihr machen, aber drücken wir nochmal T. Dann gucken wir mal, Arrow Roots haben Hales 713. Währenddessen ein T5 Block Hales 475 hat. Ach, und das ist auch noch wichtig, die Arrow Roots gibt es erst ab T5. Also drunter existieren die nicht. So, 413 zu, ne, 475 zu 713 Hales. Arrow Roots können mehr ab und sind auch wesentlich leichter wie Blöcke. Also ist das richtig, richtig gut für Flugzeuge. Ihr könnt nämlich dann eure Flügel schön weit außen an eurem Flugzeug platzieren, dadurch wird der Flieger auch noch ein bisschen stabiler und die sind nicht mehr so leicht abzuschießen wie damals mit den Blöcken, weil so ein Block braucht ihr wirklich bloß einen wegtrennen und schon fliegt alles, was hinter dem Block ist, einfach mal von irgendeinem Roboter ab. Hm? Geile Sache. Kann man nicht meckern, ne? So, bauen wir die Dinger mal wieder ab. Setzen wir mal erstmal wieder das Schild hier an meinen schönen neuen T8 Tank ran und dann gucken wir doch mal, was es sonst noch so neu ist gab in Robocraft. Das sind ja jetzt nicht nur diese Roots, die es neu gibt. Wir haben auch ein paar Balance Changes mit drin und die sind auch ganz interessant. We have made some large scale change to robot ranking that will prevent you from bringing higher tier weapons into tier 1 to 5 games. Ganz interessant. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine tier 6 Waffe nehmt und ihr habt ein tier 4 Roboter, so wie ich das damals im Lamecraft gemacht habe, dann funktioniert das nicht mehr, weil das Robo Ranking dann automatisch hoch schießt bis, ich weiß es jetzt nicht genau, aber wahrscheinlich bis zu diesem Ranking der Waffe. Und damit wollen die dieses Lamecraft, was ich damals auch mal gespielt habe in drei Folgen, einfach mal verhindern. Ist ja auch nervig für Newcomer in diesem Game, wenn da so ein Typ mit so einer T7 Plasma Knarre im T3 rumspringt. Der macht da echt einen übelsten Damage. Okay, nicht schlecht. So, was haben wir noch? New Accounts will have three new Starter Robots replacing the previous one. Okay, auch nicht schlecht. Also ihr habt jetzt am Anfang immer drei Roboter in den drei Garagen gehabt. Da stehen jetzt andere drin. Welche da drin stehen? Kein Plan. Ich habe hier keinen neuen Account gemacht und da habe da jetzt auch keinen Bock zu. Dann haben wir noch Curved Versions of the Heavy Light and Glass Cubes are now be Pro Chase. Ja, also ihr könnt jetzt auch kurvige Versionen, drücken wir mal den Shop, drücken den Shop, da ist der Shop, von den Glass Cubes kaufen, von den Heavy Cubes kaufen und von den T1 Cubes kaufen. Auch nicht schlecht, ne? Mehr Designmöglichkeiten, sage ich mal, für die Low Level Bots. Wann endlich mal das Panzerglas kommt, ich habe keine Ahnung, weil das würde ich richtig geil finden. Wenn ich endlich mal mein Cockpit mit T10 gepanzert und ein Glas ausstatten kann, weil dann würde der Robo einfach mal wesentlich geilere aussehen. Das bringt mich jetzt auch noch mal dazu, diese Roots, ja? Die brauchst du ja nicht nur benutzen, um, sage ich mal, bessere Flügel anzubauen. Die kann man ja auch benutzen, um neue Designs zu starten. Vielleicht gibt es ja da ein paar Leute, die sich richtig was einfallen lassen, was dann vielleicht so richtig cool aussieht. Vielleicht lasse ich mir auch mal was Gutes einfallen. Mal gucken, was aus meinem kranken Brain alles noch so entspringen wird. So, was haben wir hier noch als Punkt? Roboops von The RoboShop now give Premium. Oh, interessant. Okay, also, wenn ihr jetzt im RoboShop, gehen wir einfach mal in den RoboShop rein, einen Roboter kauft, gehen wir mal hier auf den T3 drauf, dann kriegt ihr Premium mit dazu. Also hier kriegt ihr dann direkt einfach mal sieben Tage Premium mit dazu. Coole Sache, coole Sache. Und zusätzlich wurden halt manche Roboter noch ein bisschen verändert. Wo die jetzt genau drin verändert wurden, ich habe keine Ahnung, weil ich habe mir niemals so einen Roboter gekauft. Gucken wir einfach mal bei T6 rein. Bei T6 bekommt ihr dann schon 30 Tage Premium dazu, aber der Roboter kostet ja schließlich und endlich auch 16.000 Galaxy Coins. Und 16.000 Galaxy Coins, das ist schon ein ganz schöner Batzen. Das ist echt teuer. Ja, Freunde, gut. Das war es dann erstmal zu diesem Update. Es gab noch ein paar Bugfixes, ein paar kleine, aber das will ich jetzt nicht großartig erklären. Wer den Bug hatte, der wird schon merken, dass er jetzt weg ist. Gut, kommen wir mal zu diesem T8-Roboter. Was hat das auf sich? Den habe ich mir jetzt schnell zusammengeschustert, um mit dem Bone Venture, dem Buen Venture, dem Bühnen Venture, wie auch immer es ausgesprochen wird, ich kriege es immer noch nicht richtig hin und ich habe es garantiert auch jetzt wieder verkehrt ausgesprochen, zusammen zu spielen. Der kam nicht in meine Steam-Gruppe rein, hat gemeint, Mensch, ja, hier, wir könnten nochmal schön ein Let's Play Together machen. Wollten wir auch machen und da er erst T8 ist, habe ich mir halt diesen T8-Roboter gebaut, um mit ihm zusammen spielen zu können. Problem ist leider nur, dass derzeitig aufgrund des Updates die Robocraft-Server nicht laufen. Hm, blöde Scheiße. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen das morgen nochmal und dann wird es schon mit Sicherheit klappen. Wenn ihr selber auch Bock habt, mit mir mal zusammen zu spielen, kommt einfach in meine Steam-Gruppe rein, zocken mit Hottie. Ich würde mich echt freuen, euch da begrüßen zu können. Gut, Freunde, jetzt machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut. Wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, über ein Like und ein Abo tue ich mich immer riesig freuen. Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit und ciao.